Irgendwo bin ich auf jeden Fall gerackt, aber das ist eh schon die Spawn, weil viele Leute ja am Spawn sind und ja, ich meine ja nur, dass ich einen großen Penis habe, was? Ich habe eine Pfade. Mein Moin, meine Lieben, Gilles und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Titan 2. Wir gehen auf den Server, also natürlich zusammen mit Pumpstalkie, hallo. Hallo, ich bin Orgen. Hallo und wir gehen in den Server in 3, 2, 1, GO! So, wir sind in den Server. Oh, da steht schon, Moment, warte, warte. Ich komm drauf, nice, ich bin drauf. Ich bin auch oben, da steht, Soundtrue hat 2,0. 2,0, ja, 2,0 haben wir, wir verlieren ein Teamleben, weil ich gestorben bin. Weil du ein Noob bist. Ne, ähm, ah! Ah, okay, also ich dachte, jetzt haben wir 2,5. Komm, 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 wir gehen jetzt ganz kurz gucken, ob da irgendwo noch meine Titan-Chessplate ist, weil Leute haben Boomstalkie geschrieben, dass anscheinend meine Chessplate von weniger nicht aufgesammelt wurde, was ich irgendwie voll disrespecting finde. Ja, zuerst töten und dann nicht mehr aufhängen, ja. Wie undankbar kann man sein? Witzig, ich hab ja nach meinem Tod in den Check geschrieben, was für Fuck steht. Da kamen so Leute in den Kapital, die meinten so, Boah, Digga, wer töte dich? Und dann schreibst du dem auch noch, Fuck you? Was fällt dir eigentlich schein? Und dann sag mal so, what the fuck? Was ist geschrieben? What the fuck? Scheiße, ich kann nicht mehr sprinten. Kannst du nicht? Ja, oh Gott, ich merke auch gerade, dass ich nicht mehr sprinten kann. Okay, aber hier geht, ach so. Also man muss sagen, jetzt sind wir in Versuch 2 quasi von Titan. Ja, wir haben jetzt Versuch 1 völlig gefällt, jetzt haben wir noch ein Leben und jetzt probieren wir es nochmal. Warte, warte, ich hab ein Feuerzeug. Ich hab ein Feuerzeug, das hätte früher kommen können. Ich sag noch so, warte, warte und er. Ja, ich hab's schon getötet. Ach, by the way, ich muss noch für meine Zuschauer was sagen, ich bin nicht mehr zu Hause. Ein Infovideo kommt heute noch. Er ist jetzt in meinem Land. Oder es ist schon online. Ich bin jetzt in Österreich bei meiner Freundin. Du darfst auch mal Hallo sagen. Hallo. Hallo. Einfach bummst euch. Hallo. Ist klar. Thomas, ich mag dich, aber meine Freundin bist du nicht. Tut mir leid. Einfach Hallo. Oh, jetzt ist klar. Hier ist ein Chicken. Töte das mal. Mit deinem Feuer. Okay. Ja, boah, geil. Ist halt richtig nice, ne? Boah, hier bin ich gerappt. Hier hinten. Genau hier. Ist ja irgendwo da hinten glaub ich, oder? War das hier? Ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Ich war ja nicht mal da. Ja, hier wurde ich umgebracht. Umgebracht auf brutalste Art und Weise. Aber das fickt schon despawned. Ja klar, hier bin ich gestorben. Genau hier so. Boah. Okay, aber dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt gleich runter, oder? Wir gehen jetzt gleich Essen suchen. Oder sowas. Ja. Ich würde sagen, einer sucht Essen, der andere gibt meinen. Da ich keine Quip habe, gehst du Essen suchen. Okay. Aber ich weiß. Wirklich? Okay. Wer hat hier die Bäume weggemacht? Da waren Bäume, deswegen bin ich nicht entkommen. Oh, da sind Schneebälle. Warum? Ja, die darf man nicht verwenden, durfte ich. Achso, ne, die funktionieren nicht. Oder sie funktionieren nicht. Hä? Nein, das war nicht hier. Warte mal, da ist ja dieses Jump'n'Run. Glaubst du, das wurde schon... Das war nicht hier. Ich bin nicht hier gerackt, oder schon. Ich... Doch, da sind... Na, keine Ahnung. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Irgendwo bin ich auf jeden Fall gerackt. Aber das ist eh schon despawned, weil viele Leute ja am spawnen sind. Und ja, ich meine ja nur, dass ich einen großen Penis habe. Oh. 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 Also... Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Warum habe ich eigentlich jede Art von Glas im Inventar? Wir sind richtig... Weißt du, am Anfang so richtig... Boah. Das haben wir und das haben wir und das haben wir. Gucken wir uns jetzt an. Wir haben kein Essen. Ja. Rennen wir durch. Und haben nichts. Hier, aber da drüben sind Schweine. Da sind Schweine. Ja, komm lass hier rüber gehen. Ich habe aber übrigen eine Singleplayer-Welt gestartet, wo ich einfach mal gestriptmined habe. Und ich habe es geschafft, innerhalb von irgendwie einer Stunde oder so eine volle Titan-Rüstung zu haben. Ja gut, das sind aber dann auch vier Folgen theoretisch. Und ein Fehler, den wir immer gemacht haben, ist, ein Dia-Ofen kostet nur sechs Dias und nicht acht. Echt? Ja, der kostet drei Obsidian und sechs Dias. Ich dachte, der kostet acht Dias. Deswegen haben wir den nie gemacht. Dabei lohnt der sich so extrem. Ja, weil wir können jetzt dann wirklich noch ein Titan-Schwert machen. Weil wir haben ja noch ein Titan-Ohr, Leute. Ja klar. Warte, wo bist du? Ich baue mich hier gerade hoch, wo das dumme Schwein da ist. Wo ist das dumme Schwein? Hier. Warte. Wo ist hier? Hallo, Schweinchen. Das steht genau im Weg. Ich kann es nicht entflammen. Ach so, da. Hallo. Hallo. Schau, ich kann es nicht blazen. Wegen dem Schwein. Hallo. Es ist das irgendwie behindert. Ah jetzt. Ich glaube, ich habe einen Dungeon gefunden. Echt jetzt? Wo läufst du hinten? Ich muss da runter, weil das Schwein ist runtergefallen. Das Schwein ist runtergefallen. Alles klar. So. Hallo. Hallo. Du siehst mich eh. Du siehst mich eh. Okay, komm mir mal nach. Ich kann ja nicht sprinten, weil ich zu viel Skill habe. Ja. Und ich habe vor allem so richtig geile Rüstungen und so eine richtig geile Office. Ich komme mir gerade so lobig vor. Ich auch. Ich komme mir vor, als wäre ich... Alter, was ist das? Alter, die Heiligtümer des Todes. Ja, wetten wir da unter den Hochplatz. Warte, warte, stopp. Da steh mal drauf. Oh. Das hätte ich vielleicht nicht abbauen sollen. Ups. Äh. Und? Ja. Es hat sich was geöffnet. Irgendwas hat sich geöffnet. Wo hat sich was geöffnet? Ich baue mich runter. Ich baue mich runter. Ich baue mich runter. Hat sich was geöffnet. Ich baue mich runter. Wow. Was? Oh mein Gott. Was ist hier? Keine Ahnung. Wow. Oh mein Gott. Redstone. Nee, hier ist Glowstone. Ja, aber hier gibt es sicher noch mehr Sachen. Ey, das ist nicht umsonst so ein Mechan... Oh. Das ist nicht umsonst so ein Mechanismus. Wir müssen rausfinden, was er betätigt so. Ja. Weißt du? Was tut er hier betätigen? Aber was tust du betätigen Mechanismus? Wir haben ihn auf jeden Fall kaputt gemacht. Das haben wir schon mal gut hingekriegt. Ja, aber irgendwas kann dieses Ding hier, weil... Ja, ich weiß aber nicht was... Oder warte mal, hier ist irgendwas mit Nether. Du weißt, dass das übelst die Zeitverschwendung ist, was wir jetzt hier machen. Das ist übelst die Zeitverschwendung. Das ist übelst die Zeitverschwendung. Du kennst das erst, du bist offen. Also ich gehe wieder hoch. Was das los wird, wie ich weiß. Okay. Nee, komm mit. Dann lass uns hier... Nee, lass uns hier drüber gehen. Hier so. Ja, du weißt immer noch, dass ich nicht sprinten kann, ne? Ach so. Ja, hier. Oh, endlich! Endlich hat er gerafft, dass das meine Bitte nach Essen ist. Ach echt? Das war eine Bitte nach Essen? Ich dachte, wolltest du mir sagen... Wenn ich sage, ich kann nicht sprinten. Wenn ich sage, ich kann nicht sprinten, dann hast du mir Essen zu geben. Guck, Leute. Erzähl dir mal eigentlich wie abgehoben. Oh, Leuch am Bogen. Guck mal hier am Bogen. Ich auch. Sogar einen Verzauberten auf Stärke 1. Übrigens, was ich jetzt auch gesehen habe, ist, wir können Sharpness auf unser Titanschwert, wenn wir dann eins haben sollten, verzaubern und können dann später noch Bücher hoch verzaubern und die kombinieren mit dem Schwert. Das geht übrigens auch. Das habe ich dir in der ersten Titan-Folge schon gesagt. Ist mir egal, ob du das jetzt in der ersten Titan-Folge gesagt hast oder nicht. Ich habe das jetzt gerade rausgefunden und ich bin stolz drauf. Okay? Okay. Okay. Okay, lass hier hochgehen oder so und dann, wenn da oben jetzt nichts mehr ist, dann, keine Ahnung, dann gehen wir runter oder so. Okay. Weil, äh, wir haben jetzt schon mittlerweile, also ich nehme jetzt schon 8 Minuten auf. Feetime. Ja, wir haben noch 8 Minuten, Alter. Super dupe. 7,52 haben wir noch. Oh, da hinten, da brennt irgendwas. Ah, da ist dieser Tor. Schau, da ist... Oh, scheiße, ich habe das Dings getötet, ohne es anzuzünden. Ja, nice. Aber da sollten wir eigentlich wegkommen. Ach, kommt doch, da hinten ist eine Weide. Da sind vielleicht noch Tiere. Können wir noch die Tiere mitnehmen? Weil es ist besser, wenn wir jetzt in dieser Folge wirklich stark nach Essen schauen und dann in eine Hülle gehen, wo wir 3000 Jahre lang meinen können. Ja. Weil, ohne Scheiß, Leute. Wir gehen zurück zum Spawn. Umdrehen. Ja. Nice. Ne, ohne Scheiß, Leute. Es ist so egal, weil wir haben... Leute, da kam ein Mini-Hühnchen raus. Easy. Wir haben probiert zu... Als ob du das verbrannt hast. Das gibt kein Fleisch. Jod, Alter. Aber das Mini-Hühnchen verbrannt. RIP. Hey, ich dachte, da kommen jetzt so kleine Chicken Nuggets raus. Kleine Chicken Nuggets. So werden die doch bei McDonalds auch produziert. Das ist ein Pferd. Ich würde sagen, wir müssen irgendwie heil genug Essen haben, bevor wir runter gehen. Weil, dann können wir 3000 Jahre lang... Oh, da ist ein Pferd. Pferdefleisch. Das ist ein Pferd. Hackfleisch. Alles klar. Das gibt eine schöne Lasagne, wenn da ein Pferd ist. Achso, die bringen ja gar... Oh, da ist ein fliegendes Schiff. Alles klar. Hä, was ist das da oben? Da ist so eine Ritterburg. Ich geh da mal hin. Leute. Was? Geh du da mal zu diesem fliegenden Schiff und ich geh da mal hoch, okay? Ich soll zum fliegenden Schiff, aber ich hab keine Blöcke, um mich dort hochzustecken. Und ich hab... Kann nicht mehr sprinten. Okay, ich komme. Ich komme gleich zu dir, okay? Ne, doch, ich hab Blöcke. Ich hab Blöcke. Tatsächlich, ich hab noch ein Backpack. Hab ich noch Blöcke gehabt. Ich glaub, hier war noch keiner. Das sieht sehr unerforscht aus. Ich bin voll der Noob jetzt. Ich hab jetzt beschlossen, ein Noob-Projekt zu sein, ja. Andi, ich nehm auf. Ich nehm auf. Du kannst jetzt nicht einfach so reinkommen. Okay, da war schon jemand oben. Alles klar. Okay, hier glaub ich war noch... Doch, hier ist schon ein Creeper explodiert. Nice. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hab ich das Gefühl, da waren überall schon Leute. Ich glaub, zum Dungeon-Looten sind wir in der 10. Folge echt zu spät. Könnte durchaus sein. Wirklich. Da sind schon drei Teams raus übrigens, ne? Ach so, ja. Weil bei diesem Haus, da waren schon IT. Das weiß ich ganz genau. Ach, ernsthaft? Aber das ist gut. Komm da bei dem Haus rein und dann komm ganz runter. Weißt du wieso? Weil da gibt's... Müssen wir uns jetzt nicht extra runtergraben. Da gibt's nen Gang. Wir sind dann auf Ebene 12. Ja, ja. Hier waren ganz viele Leute. Hier waren viele Leute. Und ich dachte Kohli, das wären echte Schweine. Hier. Also, Chi-Chi und Props an dich, by the way. Weißt du, was du sehen solltest? Mhm. Ich gratuliere dir dafür, dass du dachtest, das wäre ein echte Schweine. Das ist echt deine Meisterleistung gewesen. Und Mr. Morgan war ja auch schon. Das weiß ich auch. Das hab ich alles gesehen. In fünf Minuten werde ich gekickt. In fünf Minuten wirst du gekickt? Ich auch. Okay. Genau jetzt. Das ist gut. Okay, wo bist du? Ich bin in diesem Haus. Ganz nach unten soll ich gehen. Ganz nach unten? Ja, dann komm ich jetzt zu dir. Weil ich bin auch in der Mine. Ja, weil das wäre halt praktisch, wenn wir hier einfach... Das wäre hier zum Leiter. Richtig tief runter, bist du da? Ja, da bin ich. Genau, da bin ich. Aber ich kann übrigens jetzt bald nicht mehr sprinten. Ja, ich geb dir dann noch mein letztes Stück Essen. Hier. Aber du hast gar kein Essen mehr so. Doch, doch. Ich hab noch zwei gebratene Hammelfleisch und eingebratenes Hühnchen. Aber wir haben so zwei. Komm mit. Ja, wir sprinten jetzt einfach nicht so hart. Ja, vielleicht pflanzen wir einfach was an oder sowas. Ja, komm lass... schau mal. F3, jetzt sind wir Ebene 17. Du weißt, dass wir hier an einem Ort sind, der zum Wupsi-Fanten-Schatz führt. Echt? Ja, das heißt, ich baue einfach hinter uns zu... Ja. Ja, mach das. Sodass es keiner merkt. Mit irgend so einem komischen... Okay, das merkt man zwar sofort, weil das irgend so eine komische Dirt-Art ist, aber jub mich jetzt nicht. So. Okay, du baust dich wieder an die Seiten rein, oder? Oh, hier. Ist hier so ein Stripminder, ne? Ja. Nur so. Ja, hab ich schon gesagt. Schon ein anderes Stripminder. Ey, du weißt, dass ich keine Spitzhacke habe. Was? Ich hab gar nichts mehr, wann? Ich bin gestorben. Achso. Schau mal an mich und nicht nur an dich. Oh, warte mal. Warte mal. Hast du noch Eisen? Äh, nein. Aber ich hab da Eis-Chessplate. Ah, warte. Schau mal. Hier. Nimm das. Uh. Und warte dann. Äh. Nimm das. Und das. So. Ruhig gegen Eis in den Ofen. Nein. Wie viele Dias hast du denn noch? Zwei. Ich hab noch zwei Dias, aber ich würd die halt aufbehalten für den Ofen, ne? Ja, ja. Eben. Das dachte ich mir jetzt grad. Nein, was war ein Dias? Werd los. Dann haben wir ja gemerkt, dass sich das lohnt. Ey, du weißt, dass hier alle schon gelootet ist. Ne? Die andere Stripminder hat schon in diese Höhle reingeführt. Echt? Nur so by the way. Weiß nicht. Interessier dich wahrscheinlich. So. Ja. Ähm. Da ist ein Ofen. Ich hab ne Base gefunden. Leute, ein Ofen? Ist da noch was dran in dem Ofen? Nein, leider. Aber ne Werkbank. Nein, leider. Schade, schade, schade. Hey. Aber egal. Komm, lass dir einfach weggehen. Und äh. Ja, lass da weiter Stripminder. Ja. Schick mich nicht, ob hier jemand war. Wir töten eh nicht. Die wissen eh erst, wenn wir das hochladen, dass wir hier sind. Und dann sind wir eh schon wieder weg. Ja. Das wär das coole am Vorproduzieren. Dann kann ich gesnipet werden. Außer man stellt sich richtig behinder dann. Ja. Und die denken. Grüße hier bei irgendwas. Und die Leute, die gestern, die Leute, die gestern dann da waren, denken sich dann so, also wenn die Folge morgen online kommt, ne? Hast du Holz, Sticks, Workbench? Ja. Warte, ich wünschte, ich wär auch nicht gestorben. Ja. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwo noch Holz hab. Weißt du, du hast mir dann am Abend gesagt, ja, ich bereue es nicht, dass wir gefaltet haben. Und ich dachte mir doch nur so, ja, du bist auch nicht gestorben, weißt du? Aber, auch wenn das dein Tod gekostet. Ne, schau, du musst, ähm, das Holz, glaub ich, da abbauen, wo, äh, bei diesem Dungeon, weil ich hab kein Holz dabei. Also, wir haben kein Holz und ich darf jetzt zurückgehen, um Holz abzubauen bei nem Dungeon. Nice. Meine Aufgabe in diesem Projekt ist mittlerweile super geworden. Vorher war ich der Projektplaner und Anführer und so und jetzt bin ich das Würstchen, das keine Items mehr hat. Jetzt weiß immer, wie ich mich immer gefühlt hab. Ja, genau. Alles klar. Nein. Er ist ein guter Projektführer. Ich werd die Bossrotte schon bald wieder übernehmen, keine Angst. Ja, er wird bald das Zepter wieder übernehmen und mich wieder quälen. Weil ich da voll Zeiten habe und... Ich hab dann wieder gar nichts. So wie immer. Du bist nur so unauffällig. Ja. Ich bin jetzt hier auch nicht, um unauffällig zu spielen, weil ich bin hier, um zu gewinnen. So. Egal, wer kommt, ich töte ihn, ja. Selbst wenn's Veni und Tobi sind. Kacke, ich hab keine Sticks mehr. Ich werd in einer Minute gekickt. Ich seh halt einfach gar nichts, ne. Wir haben in dieser Folge... Doch, wir haben was erreicht. Wir haben etwas an Essen geholt, das wir schon wieder aufgefuttert haben. Und... Ja, wir haben Essen geholt, was wir schon wieder aufgefuttert haben. Und sind in eine Höhle gegangen, wo wir noch nicht mal angefangen haben zu Stripmine. Oder wo bist du hin? Also, ich hab schon angefangen. Ich glaub, du hast diesen Stripmine-Weg, den du angefangen hast zu bauen, mit einer Workbench zugebaut. Kann das sein? Oder wo geht's hier hin? Warum soll ich hier hin? Lol. Hier unten ist Gras. Hä? Wo bist du? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Warte, ich komm zurück zu dir. Weil damit wir zusammenstehen, wenn wir gekickt werden. Okay, Leute. Nächste Folge gibt's Action, ne. Nächste Folge, da... Hier siehst du meinen Namen? Siehst du mich? Ja, wo hast du angefangen zu strippen, Alter? Hier. Hier irgendwo. Ja, da. What the heck? Ja, da rüber, so. Le... Hä? Achso. Oh, nice. Oh Gott! Stopp! Arme nach... Okay. So. Gut. Nächste Folge wird ein bisschen Stripmine-Action-Maction gemacht. Und... Ja. Ich hab keine Items mehr und bin deswegen ein Lutscher. Und ich hab noch Items und bin deswegen auch ein Lutscher. Genau. Wir sind jetzt die Lutscher. Wir benennen uns um. Nicht mal hashtag Soulchu, hashtag Lutscher. Ja. Dürfen wir das? Möcht ihr das irgendwie machen? Sonst stehen wir halt in jeder Videobeschreibung falsch aber scheiß drauf. Sonst stehen aber in jedem Video Hashtag Lutscher. Aber, Leute, das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge, da wird's richtig rasiert. Da werden wir richtig hart meinen. Ja. Und bis zur 21. Projekt-Folge haben wir, wie gesagt, noch Zeit Full Titan zu werden, weil das haben mich auch ein paar Leute gefragt. Ja, was passiert denn in der 21. Folge? In der 21. Folge werden alle Erze ersetzt durch Stein. Und es gibt nur noch Eisen, Kohle und... Das war's, glaub ich. Und, glaub ich, Citrine auch noch. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau. Gut. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich würd sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alright. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.